hallo Leute heute wieder heute geht es eigentlich jetzt weiter mit dem Let's Play ja ich gehe einfach mal weiter oh ja wenn es mir passiert so sieht so so ein Stato aus ähm hallo Werz hat erstens Geld und ja ich gehe mal durch so das Bild äh gut jetzt will ich es wahrscheinlich mal ich bin Ich muss ausrollen, schau mal weiter. Da, da. Da. Okay. Scheint ja irgendwie da ist. Ah, jetzt. Oh. Oh, oh. Ich hab' das vergessen. Ja, wo du meinst. Okay. Äh, ja. Jetzt werden, jeder mal, das da einnehmen. Ja. Woh lang? Ah, es kommt zur Zeit. Ich mach' erstmal da lang. Woh lang, woh lang, woh lang, woh lang. So, es geht weiter. Ich hab' jetzt die Eindigung leider, dass wir uns jetzt nicht gesehen, weil ich kurz Pause macht musste und ja mit der zeit auch so gut es war eine wirklich viel nur dass die leistung voll wird und diese monster hier ist vorne die beschützten dann auch das da und die spiel könnte ich auch ganz gut und ich weiß nicht was ich uns bringt und schützt sich ein wenn es sich ins einstürzen wird es wird zum Vorstellungen machen dort dritte und jetzt ist es gilt auch so ist man sich zu benutzen zwei Mops die Verstraf von den anderen Gegnern kommen ich jetzt nicht die Leute bitte keine Skills ansetzen ja irgendwie weiß ich Gott gar nicht warum das hier nicht geht mit dem Manicam hier oben, aus diesem Mund werde ich öfters gucken. Das tut mir auch leid. Aus diesem Grund werdet ihr mal wieder mein Bildschirm sehen. Was macht das da? Hm. Genau. Egal, ähm, ja. Hier gerade sieht, als ist das da grad gerade, gerade, hatte, für spiele, ja, egal. Das ist das täuer. tollen dort geht ihr einfach da durch dadurch geht es ich muss gar nicht warum werden wir mal die andere hier durchgehen voll die coole Musik sie sie die erste für die Zukunft auch und ja glaube ich und jetzt heißt es doch mal zu schütteln stück kurz ab hier 2 10 ich würde schon 2 der Winx spielen irgendwie jetzt fragt sie mich warum kommt äh die haben den werde ich auch noch dann fährte ich noch alles ab und wenn sie dann gleich mit 14 also ok ok so ok ok so das ist nicht so zeigen damit man es nicht gleich sieht ja ich hoffe der wird nicht allzu schwer werden ähm da hinten rein ja leider hat man das ist nicht krank, aber egal wir haben hier bei dem könnt ihr schon da wo ich es willst benutzen da 2 ist fürs Leben nie eine Weltmöglichkeit der Willen von jetzt hat Klaus und Schließendusten und der Zett drückt erben hier macht man die Stil das 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 nicht ich würde das jetzt ist das kommt jetzt gehe ich erst mal dieses Jahr z und schon z-Werte die ich ja noch sieben Noten ich was aber auch immer noch nicht das jetzt nicht da drauf übertragen wird immer noch nicht, also, Entschuldigung ach ja, jetzt muss ich das jetzt drücken und derzeit gehe ich noch mal ansonsten testen also es ist nicht, wenn es grün ist, aber na ja ich möchte es eigentlich da mit reinziehen ich weiß aber auch nicht ah, Fenster auswählen so, guck dann, jetzt packt's rum, Entschuldigung ja, genau aber irgendwie trotzdem macht das nicht vielleicht das ist irgendwie so ein Fail also, tut mir leid na ja so, jetzt muss man die fette Sautdackel wie ihr da seht dann guck, das Gewetter ähm ja, ich versuche einfach mal, Entschuldigung aber ich versuch noch mal ganz kurz, damit wir wieder rüberspringen da ist es überhaupt nicht richtig, also ich hab hier keine Ahnung na ja, anscheinend haben wir noch wenige Minuten das wird jetzt mal öfters gucken damit es dann weiter geht ja Oktavien ja wir werden 3 dort gibt es den Typen da die Hälfte gucken die Wettbewerb Sonnett die hat den Kinnig doch und dann ja und und sich ganz kurz gucken mit 2 bleibt jaja es geht doch trotzdem ich warte jetzt noch und sieht hier auch was ich mal zum spiel in der letzten Zeit ihr ich werde es dann durchführen suchen das ist dann bei loko durch hoch kommt auch wenn es für euch nervig ist aber oben ist eher nichts wie es habt ihr ganz oft jetzt in meiner Liebe